Meine erste Bildung war das letzte Mal, als ich Paris sah, mit Elizabeth Taylor und Van Johnson. Ich glaube, ich war ziemlich verrückt. Er hat den Lesern Einblicke in sein persönliches Leben und berichtet von seinen Begegnungen mit legendären Persönlichkeiten wie Bette Davis und Frank Sinatra sowie von anderen Höhepunkten seines Lebens. Er erzählt von seiner komplizierten Hollywood-Karriere, einschließlich seiner schwierigen Beziehung zu Co-Stars wie Hervé Wiltscheise. Moore ist ein beliebter Schauspieler. Aber welche Faktoren haben seine charismatische Persönlichkeit geprägt und ihm geholfen, in der umkämpften Hollywood-Branche erfolgreich zu sein? Was waren die entscheidenden Momente auf seinem Weg zum legendären James Bond? Erforschen Sie mit uns Moores bahnbrechendste Ideen, die Sie nirgendwo anders finden werden. Doch bevor es ans Eingemachte geht, werfen wir einen Blick zurück auf Roger Moores frühes Leben und seine Karriere, bevor er berühmt wurde. Frühes Leben George Alfred Moore war Polizeibeamter und Lillian Lillipope stammte aus einem multikulturellen Haushalt in Kalkutta, Indien. Sie bekamen ein Kind, Roger George Moore, am 14. Oktober 1927 in Stockwell, London. Obwohl er in einem liebevollen und disziplinierten Haushalt aufwuchs, hatte er eine turbulente Kindheit, da er nach Devon umzog und anschließend in Cornwall und Buckinghamshire ausgebildet wurde. Nach einer kurzen und katastrophalen Lehrzeit in einem Animationsstudio, während der er entlassen wurde, weil er Probleme mit den Animationszellen verursachte, vermittelte Moores Vater ihn an den Regisseur Brian Desmond Hurst, der ihm eine unerwartete Schauspielchance bot. Und Moores Aufstieg zum Ruhm begann. Moore besuchte mit finanzieller Unterstützung von Hurst die Royal Academy of Dramatic Art und perfektionierte dort sein gewandtes, kultiviertes Auftreten und seinen Akzent, der ihn später berühmt machen sollte. Zu Beginn seiner Karriere diente Moore nach dem Krieg als Unterleutnant im Royal Army Service Course. Seine Erfahrungen dort, darunter eine entscheidende Rolle bei der kombinierten Unterhaltung in Deutschland, prägten seine Widerstandsfähigkeit und Flexibilität. Dank seiner ausgefeilten Fähigkeiten und seines Charismas war Moore auf dem besten Weg, in der Unterhaltungsbranche für Furore zu sorgen. Doch wie geht es mit der vielversprechenden Karriere des jungen Schauspielers weiter? Würde er mehr durch seine Fernsehrollen als durch seine Erfolge auf der großen Leinwand bekannt werden? Mit welchen Rollen würde er in die Filmgeschichte eingehen und wie würde er sich in der umkämpften Hollywood-Branche zurechtfinden? Frühe Karriere Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Roger Moore in kleinen Rollen in britischen Filmen zu spielen. 1945 gab er sein professionelles Schauspiel-Debüt an der Seite von Robert Donnett und Deborah Kerr in Alexander Corder's Perfect Strangers. Zu Moores früher Filmografie gehörten auch ungewürdigte Cameos in Caesar and Cleopatra und Piccadilly Incident. Die Live-Übertragung von »Die Gouvernante im Jahr 1949« war sein Debüt als Fernsehschauspieler. Diese kleinen Rollen bereiteten den Boden für seine spätere Größe. In den frühen 1950er Jahren war Moore auch als Fotomodell tätig und wurde durch seine zahlreichen Auftritte in Strickwarenwerbung als »The Big Knit« bekannt. 1954 unterzeichnete Moore einen Siebenjahresvertrag mit MGM, was einen Wendepunkt in seiner Karriere bedeutete. Er spielte an der Seite von Elizabeth Taylor in »The Last Time I Saw Paris« und war danach in »The King's Thief« und »Interrupted Melody« zu sehen. Seine Zeit bei MGM war kurz und endete 1956 mit dem finanziellen Desaster von Diane, trotz seiner frühen Erfolge. In der Folge trat Moore in Gastauftritten in Shows wie »Matinee Theater« und »Fordstar Jubilä« auf, mit der Titelrolle in der Serie »Ivanhoe« gelang Moore der große Durchbruch. Trotz Beschwerden führte er für diese Rolle seine eigenen Stunts aus und bewies damit seine Vielseitigkeit und sein Engagement für seinen Beruf. Nach »Ivanhoe« wechselte er zu »Warner Brothers« und spielte unter anderem in »The Third Man«, »The Alaskans« und »Maverick« mit. Trotz der zermürbenden Zeit »Bear I the Alaskans«, die er als seine schrecklichste Fernsehserie bezeichnet, wurde Moore durch seine Rolle als »Bo Maverick« in »Maverick« als begabter und charmanter Schauspieler bekannt. Moore spielte 1962 Simon Templer in dem Film »The Saint«, der ihn zum Star machte. In dieser Rolle, die ihn ins Rampenlicht katapultierte, entstand sein Markenzeichen, die raffinierte und humorvolle Herangehensweise, die er später auch in seine James-Bond-Darstellung einbrachte. In den sechs Staffeln von »The Saint« verfeinerte Moore sein Handwerk als Regisseur weiter. Nach seiner Zeit »Bei«. »The Saint« bewies Moore seine bemerkenswerte schauspielerische Vielseitigkeit mit Rollen in Filmen wie »Crossplot« und »The Man Who Haunted Himself«. In »The Persuaders« spielte er an der Seite von Tony Curtis. Angeblich war Moore mit Curtis, dem damals bestbezahlten Fernsehschauspieler, zerstritten, was zu Reibereien bei der Produktion führte. Seinen ersten Auftritt als James Bond hatte Moore 1973 in »Life and Let Die«. Im Gegensatz zu Sean Connerys Bond war sein Bond ein erfahrener, machohafter Playboy. Moores Stellung in der Filmgeschichte wurde durch die enormen Erfolge seiner Bond-Filme, darunter »Der Mann mit dem goldenen Colt«, »Der Spion«, »Der mich liebte« und »Moonraker«, gefestigt. Zu den Schwierigkeiten, mit denen er während seiner Dienstzeit konfrontiert war, gehörten Unstimmigkeiten mit seinen Schauspielkollegen und kreative Differenzen. Nach dem Ende ihrer Bond-Rolle spielte Moore weiter und hatte Cameos in Filmen wie »A View to a Kill« und »The Cannonball Run«. Auch nach seinem Ausstieg aus der Bond-Serie im Jahr 1985 blühte seine Karriere weiter auf, mit Auftritten in Filmen, Fernsehsendungen und als Synchronsprecher. Man kommt nicht umhin, sich über die Geschehnisse hinter den Kulissen zu wundern, wenn man sich mit der fesselnden Geschichte von Roger Moores erfolgreicher Karriere beschäftigt. Von seinen bescheidenen Anfängen bis hin zu seiner legendären Darstellung von James Bond. Wie war eigentlich das Verhältnis von Roger Moores zu seinen Schauspielkollegen? War er in der Lage, sein gutes Aussehen zu bewahren, auch wenn er mit geheimen Rivalitäten und Spannungen zu kämpfen hatte? Hollywood-Beziehungen und meistgehasste Co-Stars? Der fesselnde 86-jährige Schauspieler Roger Moore erzählt in seiner kürzlich veröffentlichten Autobiografie faszinierende Anekdoten aus seiner Glanzzeit in Hollywood. Von der Begegnung mit dem großen Frank Sinatra bis hin zum Verrat von Geheimnissen an Bette Davis und seinen verhassten Co-Stars – er hat alles erlebt. Sie werden in Moores Erzählungen eine Fülle von Insider-Informationen und Klatsch und Tratsch finden. Peter Sellers hat Peter Sellers ist die erste Person, die Moore erwähnt. Trotz seines enormen Ruhms und seines komödiantischen Könnens blieb Sellers unerwartet distanziert. Moore porträtierte Sellers als eine isolierte Figur, die immer eine Maske zu tragen schien. Er sagte, er sei ein Typ mit mehreren Persönlichkeiten, aber wenigen echten Beziehungen, der seine eigene Persönlichkeit vor der Außenwelt verbarg. Sellers war ein rätselhaftes und vielschichtiges Individuum. Sellers hat früher gesagt, dass er sich mit Verletzlichkeit unwohl fühlt und dass es langweilig wäre, sich im Fernsehen zu zeigen. Viele seiner Kollegen fanden es schwierig, mit ihm zu arbeiten, weil er dazu neigte, sich zu isolieren. Insbesondere Moore fand Sellers sprunghaftes Verhalten faszinierend und manchmal auch irritierend. In den Sommerflitterwochen 1970 mit seiner dritten Frau Miranda Quarry geschah etwas, das zeigte, wie unerwartet und chaotisch das Leben von Sellers oft war. Das Paar befand sich auf einem romantischen Rückzugsort auf der südfranzösischen Insel Cap Ferret. Roger Moore drehte zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort die Fernsehserie »The Persuaders«. Dieses zufällige Zusammentreffen legte den Grundstein für eine außergewöhnliche und denkwürdige Episode, die die Eigenheiten, die Sellers oft umgaben, aufzeigen sollte. Es gab zwar eine Drogenrazzia, aber sie war alles andere als gewöhnlich. Roger Moore und Peter Sellers spielten Johnny Gold, dem Betreiber des berühmten Londoner Nachtclubs Tramp, und Leslie Bracuse, einem talentierten Texter und Dramatiker, der ein langjähriger Freund von Roger Moore war, einen Streich. Moore und Sellers verschworen sich mit einer Zollpatrouille, die vorgab, Bracuse und Gold zu stoppen, als sie durch den Hafen von Villefranche segelten und beschuldigten sie, zu schnell gefahren zu sein. Der Plan von Moore und Sellers, den Zollbeamten vorzutäuschen, an Bord ihrer Yacht einige hundert Zigaretten und Scotchflaschen zu finden, brachte alle zum Lachen. Um den ohnehin schon hohen Grad der Belustigung noch zu steigern, rief Johnny Gold, wir sind hier, um Peter Sellers zu sehen, während er ein großes weißes Paket in der Hand hielt. Johnny Gold überreichte Sellers den rätselhaften weißen Brief, als sich die vermeintlichen Piraten der Küste näherten. Als die Verkäufer das Paket öffneten, entdeckten sie einen großen Beutel mit weißem Pulver und eine Nachricht, die besagte, dass es sich um ein Geschenk für die Flitterwochen handelte. Später im Leben dachte Roger Moore darüber nach, wie dieser gewagte, aber humorvolle Streich ihn mehr als alles andere, was er je erlebt hatte, an den Rand des Gefängnisses gebracht hatte. An diesem Abend zeigte sich das Ausmaß von Sellers unberechenbarem Charakter. Der Inhalt des Umschlags hatte Sellers, wie Moore es so treffend formulierte, sehr wohl tot gemacht. Zu einer bizarren Wendung der Ereignisse kam es, als Sellers Moore und andere aufgeregt aufforderte, ihn auf einer imaginären Reise über den Hafen zu begleiten, da er sein Bett für einen fliegenden Teppich hielt. Während seiner Arbeit mit Sellers musste Moore mit einer chaotischen Umgebung zurechtkommen. Und seine Beschreibung dieses Vorfalls zeigt diese Realität. Das Verhalten von Sellers war unerwartet und oft beunruhigend. Trotz der offensichtlichen Kameradschaft und des gemeinsamen Sinns für Humor war die Zusammenarbeit mit Sellers aufgrund seines unberechenbaren Verhaltens und seiner Neigung, Illusionen zu erliegen, eine große Herausforderung. Nachdem er den bizarren und unberechenbaren Sellers hinter sich gelassen hatte, erlebte Roger eine einzigartige Kombination aus Freundschaft und Rivalität in seiner Beziehung zu einer anderen berühmten Person. Wer mag das sein? Welche Hintergründe hat ihre Freundschaft ihrer Meinung nach? Sinatra, Frank Die lange und ereignisreiche Verbindung zwischen Frank Sinatra und Roger Moore, deren Namen in der Unterhaltungsbranche fast austauschbar sind, war voller faszinierender Charaktere, spannender Wendungen und einzigartiger Erfahrungen. Ihre Begegnungen waren alles andere als einfach, trotz Sinatras berühmter überlebensgroßer Ausstrahlung und Moores sanfter und attraktiver Ausstrahlung auf der Leinwand. Es war in den 1950er Jahren, als Moore nach einer ziemlich heftigen Auseinandersetzung im Moulin Rouge in Hollywood zum ersten Mal auf Sinatra traf. Um den Warner-Vertragskünstler Gordon McRae auftreten zu lassen, bot ihm der mächtige Chef von Warner Bros. D. Jack Warner 1.000 Dollar. Auf der anderen Seite bot der legendäre Cowboy John Wayne McRae 2.000 Dollar, wenn er nicht singen würde. Wie üblich war Sinatra McRae's treuer Freund und er konfrontierte Wayne mit dem, was er als Beleidigung empfand. Moore wird nie vergessen, wie der feurige, kleine Sinatra den überragenden Duke herausforderte. Die Jahre vergehen und Mitte der 1960er Jahre kreuzen sich die Wege von Moore und Sinatra in einem weniger formellen Rahmen, einem Café in London. Mia Farrow, Sinatras damalige Ehefrau, die sowohl schön als auch jung war, war anwesend. Die Tatsache, dass Pharaoh Moore erzählte, wie sehr sie seine Fernsehsendung The Saint liebten, überraschte Moore. Sie rief aus, wie gerne sie The Saint in ihrem Hotelzimmer ansahen und Sinatra nickte zustimmend, um zu zeigen, dass sie das auch taten. Dieses überraschende Lob brachte eine bescheidenere und liebenswürdigere Seite von Sinatra zum Vorschein als bei ihrem ersten Treffen. Aber es war nicht alles eitel Sonnenschein in ihrer Beziehung. Das heikle und geheimnisvolle Thema von Sinatras angeblichen Verbindungen zur Mafia konnte Moore unmöglich vermeiden. Die Bemerkung Sinatras war sowohl direkt als auch erhellend. Er leugnet nicht, dass die Mafia eine Reihe seiner Auftrittsorte kontrollierte. Sinatra zufolge kontrolliert die Mafia die Mehrzahl der Orte, an denen er auftritt. Moore zog Parallelen zwischen der Fülle von Anzugträgern, die sich ihm für Fotos näherten und den vielen Malen, die er mit völlig Fremden für Fotos posierte. Trotz hartnäckiger Anschuldigungen hat Sinatra nie bestritten, Verbindungen zur kriminellen Unterwelt zu haben. Vielmehr schien er den Hauch von Bedrohung zu genießen, den sie auf ihn ausübten. Da Sinatra wahrscheinlich wusste, dass diese Anschuldigungen nur dazu dienten, sein Charisma zu verstärken, sagte Moore, dass er nichts unternahm, um sie öffentlich zu dementieren. Moore erlebte den Aufstieg von Sinatras Mafia-Verbindungen am eigenen Leib, denn sie durchdrangen seine Persona über die Wahl seiner Veranstaltungsorte und die Menschen, mit denen er verkehrte. Nachdem wir nun über die komplizierte Romanze zwischen Frank Sinatra und Roger Moore berichtet haben, machen sie sich bereit für eine noch schockierendere Geschichte. Die nächste Person auf der Liste wird sie verblüffen. Lana Turner. Lana Turner war der zweite Co-Star, den Moore in seiner Autobiografie erwähnte. Obwohl Roger Moore in seiner Karriere viele berühmte Persönlichkeiten aus Hollywood traf, ragt seine Romanze mit Lana Turner heraus. Turner, die bereits eine erfahrene Schauspielerin war, als sie sich 1956 am Set des historischen Dramas Diane kennenlernten, gab dem jungen Moore einige aufschlussreiche Ratschläge. Turner beschloss, Roger Moore zu zeigen, wie man küsst und machte sich dabei ihre verführerische Filmrolle zunutze. Moore war selbstbewusst, schließlich war er schon zweimal verheiratet und hatte noch nie eine Frau darüber meckern hören. Dennoch lehrte Turner, ihn Leidenschaft ohne ihn zu bedrängen. Dennoch ging Turners energisches Auftreten über romantische Situationen hinaus. Sie besaß ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und eine bemerkenswerte Empörung, wenn sie in irgendeiner Weise nicht respektiert wurde. Die hitzige Situation mit Dianes Produzenten Edward Knopf ist ein gutes Beispiel dafür. Als Turner Knopf vor der gesamten Crew und den Darstellern öffentlich ausschimpfte, eskalierte ein kleiner Streit schnell zu einem größeren Zwischenfall. Knopf verließ wütend die Bühne und flüchtete in Moors Wohnwagen, wobei sein Gesichtsausdruck seine Verzweiflung über den plötzlichen Ausbruch verriet. Moore bat Turner um eine Erklärung für ihre Härte und ihre freimütige Antwort zeigte die Schattenseite von Hollywoods goldener Zeit. Laut ihr, Schätzchen, bin ich jetzt am Arsch, weil die Produzenten mich verarscht haben, als ich auf dem Grundstück ankam. In ihrer Antwort persiflierte Turner die ausbeuterischen Machtverhältnisse und den Sexismus, denen viele junge Hollywood-Schauspieler ausgesetzt waren. Die nächste Entdeckung über einen anderen Co-Star wird sie wirklich überraschen, selbst wenn sie Turners Erzählung bewegend finden. Rex Harrison Der komplizierte Ruf des Schauspielers Rex Harrison wurde durch seine Rolle als Professor Henry Higgins in dem Filmklassiker »My Fair Lady« bekannt. Hinter den Kulissen war sein Charakter widersprüchlich und zwiespältig, trotz seiner offensichtlichen Brillanz und seiner Leistungen auf der Bühne und im Kino. Einerseits hatte Harrison den Ruf, impulsiv und gewalttätig zu sein, was ihn für andere, die ihm nahe standen, beängstigend und sogar gewalttätig machte. Diese Facette seiner Persönlichkeit zeichnete sich durch ein explosives Temperament, eine scharfe Zunge und die Neigung aus, andere anzugreifen, wenn er verärgert war. Moore sah auf der einen Seite Harrisons irrationales und manchmal bösartiges Verhalten, auf der anderen Seite sah er seine überraschenden Taten der Freundlichkeit. In Harrisons Umfeld war bekannt, dass er bösartig und fordernd sein konnte. Trotz seiner herausragenden Leistungen war Harrison dafür bekannt, dass er eine Nervensäge war, was ihm zwar Bewunderung, aber nicht unbedingt Zuneigung bei seinen Kollegen einbrachte. Sein anspruchsvolles, kritisches und sogar rücksichtsloses Auftreten hinterließ eine Reihe von zerbrochenen Beziehungen und verletzten Egos. Nichtsdestotrotz brachte Harrisons Beziehung zu seiner dritten Frau Kay Kendall eine freundlichere Seite seines Charakters zum Vorschein. Rex Harrisons außerordentliches Engagement und Einfühlungsvermögen kamen voll zur Geltung, als Moors Liebefreundin Kay Kendall plötzlich schwer erkrankte. In seinem Job als Hausmeister zeigte Harrison, der für seine strenge Haltung bekannt ist, eine unerwartete weiche Seite, in dem er über sich hinauswuchs und dafür sorgte, dass Kendall die Hilfe bekam, die sie brauchte. Selbst die unversöhnlichsten Menschen können einen weichen Punkt haben, wie seine Taten zeigten, als er sich große Sorgen um seine Frau machte. Als er in My Fair Lady am Broadway auftrat, wurde Harrisons vielschichtiger Charakter noch deutlicher. Er hegte einen unterschwelligen Groll gegen Julie Andrews, seinen Co-Star, und würdigte sie während der Aufführungen nicht einmal eines Blickes. Bei der Aufführung des legendären Songs I've Grown Accustomed to Her Face bestand Harrison einmal darauf, den Auftritt nur seiner kranken Frau Kay zu widmen, die am Bühnenrand entstehen musste. Seine Sturheit und seine Bereitschaft, Groll zu hegen, wurden deutlich, als er sich trotz der Bedenken des Produzenten weigerte, das Lied für Andrews zu singen. Interessanterweise widmete Harrison seinen Oscar von 1964 für die Verfilmung von My Fair Lady Julie Andrew und Audrey Hepburn, die in dem Film die Eliza Doolittle darstellte, trotz ihrer turbulenten Beziehung. Er tat dies mit einem breiten Grinsen und verbarg damit die Streitigkeiten und Spannungen, die seine Begegnungen mit den beiden Schauspielerinnen belastet hatten. In Anbetracht der Spannungen, die zwischen Harrison und den Schauspielerinnen hinter den Kulissen herrschten, war es unerwartet, dass er Andrews und Hepburn öffentlich als seine beiden schönen Frauen anerkannte. Die komplizierte Dualität der menschlichen Natur wurde durch Rex Harrisons Figur, die sowohl sympathische als auch antagonistische Züge aufwies, offengelegt. Aber die nächste Person auf der Liste wird sie noch mehr schockieren. Bette Davis und Joan Crawford, Reva Linnon über den Tod hinaus. Mitte der 1960er Jahre lernte Roger Moore im Café der ABPC Studios die berühmte Bette Davis kennen. 1964 oder 1965 zur Mittagszeit kam Bette Davis unerwartet an Moores Tisch vorbei. Sie erzählte mit ihrer gewohnten Selbstsicherheit von sich und wie sehr sie Moores Arbeit an The Saint liebte. Ihr Kompliment an Moor und der Beginn einer unerwarteten Beziehung kam, als sie darüber sprach, wie viel die Sendung ihr und ihrer Tochter bedeutete. Moor war so stolz auf die Komplimente, die er von der berühmten Schauspielerin erhielt, dass er einen Witz darüber machte, wie ihm die Haare ausfielen. Aufgrund ihrer engen Verbindung bat Moor Bette, mit ihm und Robert Wagner zu den Hunderennen im White City Stadium in West London zu gehen. Das Ereignis brachte Bettes energiegeladene und gesellige Seite zum Vorschein und sie genoss es sehr. Doch Moor sah auch die Schattenseiten ihres Charakters. Während des Abendessens wurde Bette oft aggressiv und schrie ihre Sekretärin an, wodurch eine kontrollierende Seite ihrer Persönlichkeit zum Vorschein kam, die Moor verachtete und sich schwor, ihr niemals zu begegnen. Moor wusste nicht nur von Bette, sondern auch von ihrer berüchtigten Fede mit Joan Crawford, einer anderen Hollywood-Legende, die ihn mit Bette verbannt. Franchot Tone wurde Joan Crawfords zweiter Ehemann und Bettes Zuneigung zu ihm war der Grund für ihre Feindschaft. Obwohl sie sich schließlich scheiden ließen, war Bette bereits verbittert, denn Crawford nahm Ton während seines Kampfes gegen den Krebs bei sich auf und pflegte ihn bis zu seinem Tod in ihrer New Yorker Wohnung. Auch nach Crawfords Tod blieb Bettes Verbitterung bestehen. Die Aussage, die Bette in ihrer gewohnt bissigen Art machte, dass Crawfords Einfluss auf Franchot Tone bis zu dessen Tod anhielt, verriet eine tiefsitzende Feindseligkeit und Neid, die nicht abgeklungen war. Bette zeigte eine legendäre Reaktion, als die Medien sie nach ihrem Tod auf ihre anhaltende Abneigung gegen Crawford ansprachen. Sie antwortete auf herablassende Weise, dass der Tod eines Menschen nicht bedeute, dass er sich weiterentwickelt habe. Der nächste Name auf dieser Liste wird sie noch mehr schockieren als die Rivalität zwischen Bette Davis und Joan Crawford, der ehemalige NBA-Spieler Sammy Davis Junior. Sammy Davis Junior zeigte seine Leidenschaft für die Filmindustrie, egal ob er am Set war oder nur zu Besuch kam. In Roger Moores Fernsehserie Maverick war Sammy ein regelmäßiger Besucher am Set. Er trainierte hart, wurde ein Experte im Ziehen von Pistolen und perfektionierte während dieser Reisen die Kunst des Pistolenwirbelns. Bei einer Dinnerparty, die Leslie Brick Hughes in den 80er Jahren in seiner Villa in Los Angeles gab, machte Sammy einen guten Eindruck. Als Sammy dort ankam, öffnete er den Reißverschluss seiner Jacke und reichte dem Mädchen seine Pistole so lässig, als wäre es ein Hut. Mit diesem Auftritt bewies er seinen einzigartigen Sinn für Humor. Er verstand es, die Dinge auf die Schippe zu nehmen und nutzte die Komik oft, um schwerwiegendere Themen anzusprechen oder abzulenken. Berühmt für seinen selbstironischen Humor machte Sammy Davis Junior oft Witze über die Schwierigkeiten, die er ertragen musste. Sie hatten es leicht, witzelte er einmal, als er hörte, wie sich jemand über Vorurteile beschwerte. Wie fühlt es sich ihrer Meinung nach für mich an? Mit seiner witzigen Art, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, hat er die Herzen vieler Menschen gewonnen. Das hat Sammy auch bei der Verleihung der Academy Awards bewiesen, als er scherzte, dass sowohl die Show Fiddler on the Roof als auch Schaft von seinen Leuten präsentiert wurden. Moors letzte Begegnung mit Sammy war erschütternd. Moor sah ihn einen Monat vor seinem Tod und wurde Zeuge eines schwachen Mannes, der schon immer schlank gewesen war und es nun noch viel mehr war. Der Krebs hatte sich rasch in Sammys Kehle ausgebreitet und er kämpfte um sein Leben. Er zog es vor, seine Stimme zu behalten, anstatt sich einer Laryngektomie zu unterziehen, obwohl man ihm suggerierte, dass dies seine Lebenschancen verbessern könnte. Wenn sie die Geschichte von Sammy Davis Junior bewegend fanden, werden sie nicht glauben, was mit einer anderen Hollywood Legende geschehen wird. Tony Curtis Die Beziehung von Roger Moore zu Tony Curtis, seinem Co-Star in der beliebten Fernsehserie The Persuaders, war eine Mischung aus Spaß und Überraschung. Tony Curtis war ein charismatischer und unterhaltsamer Mensch am Set. Allerdings war er auch notorisch sparsam. Ein Charakterzug, der Moore einige lustige Geschichten bescherte. An einem Weihnachtsfest lud Curtis Moore und seine damalige Frau zu sich und seiner dritten Frau Leslie zum Abendessen ein. In Erwartung eines üppigen Festmals war Moore überrascht, als Curtis das winzigste Brathähnchen brachte, das er je gesehen hatte. Curtis war ein vielschichtiger Mensch mit vielen Seiten seiner Persönlichkeit. Er war nicht nur dafür bekannt, dass er vorsichtig mit seinem Geld umging, sondern er hatte auch ein Talent dafür, unkonventionelle Weisheiten in Form von interessanten und lustigen Geschichten weiterzugeben. Eines Tages erzählte Curtis am Set von einem Ratschlag, den er von seinem Freund und Schauspielkollegen Bert Lancaster erhalten hatte. Lieber Sweet Roger, begann Curtis, Bert hat mir einmal gesagt, dass, wenn du mit einer jungen Dame in deiner Garderobe im Studio bist, deine Frau hereinkommen sollte, mit dem Fortfahren, was du tust, und wenn du nach Hause kommst, es leugnen und sagen, aber sie haben Leute, die wie ich aussehen. Dieser Rat, der in einem spielerischen Ton gegeben wurde, spiegelte Curtis' unbeschwerte Persönlichkeit wieder. Roger Moore erinnerte sich an diese Geschichte über den Rat von Tony Curtis, wie man eine heikle Situation mit einer Frau Beyi, einem Vorfall in Südafrika meistern sollte. Er drehte gerade eine Szene mit einer attraktiven jungen Frau, die andeutete, mit ihm allein sein zu wollen, und meinte, sie könnten sich auch ohne die Crew amüsieren. Während Curtis' Worte in Moores Kopf nachhalten, wurde er schnell an die Anwesenheit seiner italienischen Frau erinnert, die unten im Haus war, und genau wusste, dass sein Stuntdouble an diesem Tag frei hatte. Trotz dieser Persönlichkeitsmerkmale genoss Moore die Gesellschaft von Curtis und schätzte die gemeinsame Zeit. Curtis' Humor, sein Charisma und seine gelegentliche Verrücktheit machten ihre Zeit am Set von The Persuaders zu einem unvergesslichen Erlebnis. Curtis brachte ein gewisses Flair und eine gewisse Unberechenbarkeit mit ans Set, die alle auch Moore unterhielten und auf Trab hielten. Wenn wir uns mehr von Roger Moores Beziehungen zu seinen Schauspielkollegen ansehen, können sie sich auf weitere überraschende Enthüllungen gefasst machen. Bleiben Sie dran, wenn wir die Frage beantworten, wer es noch auf diese Liste geschafft hat. Albert R. Broccoli und Harry Salzman Albert Cudi Broccoli war ein visionärer Produzent, der das Potenzial der Romane von Ian Fleming erkannte. Broccolis Reise in die Welt von James Bond begann 1961 mit einem riskanten Wagnis. Zusammen mit seinem Koproduzenten Harry Salzman zahlte Cudi 50.000 Dollar für die Rechte an Flemings Büchern für sechs Monate. Ursprünglich wollten sie Thunderball verfilmen, aber rechtliche Probleme zwangen sie zu einer Änderung der Pläne. Stattdessen verwendeten sie ein Drehbuch für Dr. No und damit war der erste Bond-Film geboren. Cubby Broccoli widmete sich ganz der James-Bond-Reihe. Im Gegensatz zu Salzman, der sich in verschiedene Filmprojekte hineinwagte, konzentrierte sich Broccoli ausschließlich auf Bond. Auf die Frage, ob er es bereue, sich auf sieben beschränkt zu haben, sagte Cubby Broccoli, er habe einen Tiger am Schwanz und könne ihn nicht mehr loslassen. Sein Engagement zahlte sich aus und führte zu einem bleibenden Vermächtnis, das mit jedem neuen Bond-Film fortgesetzt wird. Harry Salzman war ganz anders als Cubby. Laut, frech und extravagant brachte Salzman eine andere Energie in die Bond-Filme. Seine Leidenschaft für das Filmemachen ging über die sieben Franchise hinaus und er produzierte oft andere Filme, die seine vielfältigen Interessen zeigten. Diese Diversifizierung führte jedoch manchmal zu Spannungen mit Cubby, der nur an Bond interessiert war. Die Partnerschaft zwischen Cubby und Harry war immens erfolgreich, aber auch voller Spannungen. Als Moore mit Life and Let Die in die Serie einstieg, begann ihre Beziehung zu zerbrechen. Um weiteren Konflikten aus dem Weg zu gehen, entwickelten sie ein System, bei dem jeder von ihnen unabhängig voneinander abwechselnde Bond-Produktionen leitete, sodass sie weiterhin zusammenarbeiten konnten, wenn auch aus der Ferne. Moore erlebte aus erster Hand die wachsenden Spannungen zwischen Broccoli und Salzman. Ihre unterschiedlichen Visionen und Persönlichkeiten führten oft zu heftigen Auseinandersetzungen. Ein bemerkenswerter Vorfall war, als Salzman vorschlug, die Gewinne aus Goldfinger in Gold zu investieren. Cubbys praktische Bedenken, aber wo würden wir das alles aufbewahren, zeigten, wie unterschiedlich die beiden Männer waren. Trotz der Spannungen hatte Moore großen Respekt vor beiden Männern. Er bewunderte Cubbys unerschütterliche Hingabe an Bond und erkannte Salzmans Leidenschaft für das Filmhandwerk an. Als Moore an seine Zeit mit den beiden zurückdachte, wies er auf den unglaublichen Erfolg Kinn, den sie gemeinsam erzielt haben, indem sie ein Franchise schufen, das weiterhin die Herzen des Publikums auf der ganzen Welt erobert. Moore lobte auch Daniel Craig als großartigen Bond und scherzte, dass Craig zwar fähig aussah zu töten, Moores Bond aber Bösewichte einfach nur umarmt oder zu Tode gelangweilt hätte. Wenn sie nun dachten, dass die Beziehung zwischen Broccoli und Salzman interessant war, wird sie die nächste Person auf Roger Moores Liste noch mehr schockieren. Grace Jones verlieh der Rolle der May Day eine starke Präsenz, aber ihr Verhalten abseits der Leinwand stellte Roger Moores Geduld auf die Probe. Moore, der für sein gentlemanhaftes Auftreten bekannt ist, hat den Grundsatz, nichts Schlechtes über andere zu sagen. Sein Schweigen über Jones spricht jedoch Bände. Ich habe immer gesagt, wenn man nichts Nettes über jemanden zu sagen hat, dann sollte man auch nichts sagen. Also werde ich nichts sagen, sagte Moore und deutete damit die möglichen Spannungen an, die unter der Oberfläche brodelten. Ein immer wiederkehrendes Ärgernis für Moore war die Zeit, die seine Hauptdarstellerinnen, einschließlich Jones, damit verbrachten, sich zwischen den Aufnahmen, um ihr Aussehen zu kümmern. Sie eilten zu ihren Handtaschen, holten Lippenstifte und Spiegel heraus und frischten ihr Make-up auf, was die Dreharbeiten verzögerte. Frustriert versteckte Moore ihre Lippenstifte und Spiegel in der Hoffnung, so die Unterbrechungen zu verringern. Zu seinem Pech hatten sie mehrere Ersatzmänner, denen ihr Aussehen wichtiger war als ihr Auftritt. Grace Jones wurde oft von ihrem damaligen Freund Dolph Lundgren begleitet. Moore erinnert sich, dass Lundgren ein sehr netter Kerl war, der dank des Regisseurs John Glenn eine kleine Rolle in dem Film bekam, seine erste. Diese Rolle war ein Sprungbrett für Lundgren, der bald darauf in Rocky Fartor berühmt wurde. Interessanterweise hat Lundgren in seiner späteren Karriere nie die Hand nach Moore ausgestreckt, trotz dieser ersten Verbindung. Ihre Neigung, in ihrer Garderobe, die direkt neben seiner lag, laute Musik zu spielen, strapazierte Moores Geduld mit Jones zusätzlich. Die Heavy-Metal-Musik, die Jones bevorzugte, störte Moore oft bei seinen Ruheversuchen. Nachdem er Jones wiederholt vergeblich gebeten hatte, die Lautstärke zu drosseln, stürmte Moore in einem Moment verlorener Gelassenheit in Jones' Zimmer, zog den Stecker aus der Steckdose und kehrte in sein eigenes Zimmer zurück, wo er seiner Frustration Luft machte, indem er einen Stuhl gegen die Wand warf und eine bleibende Delle hinterließ. Die Arbeitsbeziehung zwischen Moore und Jones führte zu einer berüchtigten Liebesszene, die zeigte, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten der beiden waren. Als sie sich auf die Szene vorbereiteten, überraschte Jones Moore, indem er einen großen schwarzen Dildo mit ins Bett brachte und ihn lustig fand. Moore, der stets ein Profi war, erkannte die Komik der Szene, aber es war klar, dass die Arbeit mit Jones seinen diplomatischen Charme an seine Grenzen gebracht hatte. Grace Jones mag Roger Moore bis an seine Grenzen gebracht haben, aber die nächste Person, über die er schrieb, wird sie überraschen. Barbara Broccoli Tochter war Regie Assistentin Bay A. View to a Kill. Eine ihrer herausfordernden Aufgaben war es, dafür zu sorgen, dass Grace Jones jeden Morgen am Set erschien. Eine Aufgabe, die ihr diplomatisches Geschick auf die Probe stellte und schärfte. Broccoli's geduldiger Umgang mit Jones trug wahrscheinlich zu ihrem späteren Erfolg in der Bond-Reihe Bay. Moore bewunderte Barbaras warmherzigen Charakter und ihre Hingabe, Eigenschaften, die sie zweifellos von ihrem Vater geerbt hatte. Und nun zur letzten Person auf unserer Liste. Herve Wille Scheiße Die Besetzung von Herve Wille Scheiße als Nick Nack im Bond-Film von 1974 war ein Wendepunkt in seinem Leben. Bevor er die Rolle bekam, lebte Wille Scheiße in seinem Auto und arbeitete als Rattenfänger in Los Angeles. Die Darstellung des treuen Dieners von Scaramanga brachte ihm nicht nur einen Karriere-Schub, sondern auch persönliche Freude. Christopher Lee, der den Hauptbösewicht spielte, bemerkte, dass die Dreharbeiten zu der Mann mit dem Goldenen Colt die glücklichste Zeit in Wille Scheiße Leben waren. Sie brachten jedoch auch einige seiner problematischeren Verhaltensweisen ans Licht. Moore nahm kein Blatt vor den Mund, als er Wille Scheiße Verhalten beschrieb. Er sprach über einen Vorfall, bei dem Wille Scheiße ihn wiederholt berührte, woraufhin Moore antwortete, fass mich nicht an, du bist krank. Moore stellte klar, dass sich seine Bemerkung nicht auf die Größe von Wille Scheiße bezog, sondern auf seine unkontrollierbaren sexuellen Triebe. Moore zufolge hatte Wille Scheiße eine unnatürliche Begierde nach Frauen und prallte mit seinen zahlreichen Eroberungen, von denen zu tun hatten. Obwohl er behauptete, eine große Anzahl von Sexualpartnern zu haben, gab Wille Scheiße zu, dass er manchmal abgewiesen wurde, selbst wenn er bezahlte. Während der Dreharbeiten in Hongkong besuchte er häufig Mädchenclubs und wählte Frauen aus, indem er mit einer Taschenlampe auf sie zeigte. Wille Scheiße Dreistigkeit und Promiskuität verblüfften Moore. Und als Moore ihn fragte, mit wie vielen Frauen er während der Dreharbeiten zusammen gewesen sei, behauptete Wille Scheiße, es seien 35 gewesen. Wille Scheiße verhalten brachte Moors Geduld schließlich zum Erliegen. Moore erinnert sich, wie Wille Scheiße durch seine ständigen Berührungen und seine Prahlerei ein unangenehmes Arbeitsklima am Set schuf. Obwohl Moore versuchte, einen kühlen Kopf zu bewahren, war Wille Scheiße verhalten selbst für ihn zu viel. Die Spannung zwischen den beiden war spürbar, und Moors Frustration kam zum Vorschein, als er Wille Scheiße als Sexbesessenen bezeichnete. Wille Scheiße Karriere erreichte einen weiteren Höhepunkt, als er die Rolle des Tattoo in der erfolgreichen Fernsehserie Fantasy Island übernahm. Sein Erfolg war jedoch nur von kurzer Dauer. Er wurde 1984 aufgrund von Streitigkeiten über die Bezahlung und unangemessenem Verhalten gegenüber weiblichen Darstellern und der Crew entlassen. Tragischerweise endete das Leben von Wille Scheiß in Verzweiflung, als er sich 1993 das Leben nahm. Welche der Beziehungen von Roger Moore war für sie am interessantesten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, uns zu mögen, zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.